Hallo meine Freunde und Willkommen zurück bei The Walking Dead. Ja, in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall versuchen, die Schlüssel zu bekommen. Darum würde ich mir vorschlagen, wir reden erstmal mit Glenn. Weil ich glaube, der weiß da Bescheid. Wie geht's, Glenn? Du jetzt. Zurück zum Motorrad. Wie kann es so schlecht sein, so schnell? Du weißt, wenn Dinge weggezogen werden, Leute machen verrückte Scheiße. Ich glaube. Aber das ist nicht ich. Ich bin nicht gebeten. Nicht für nichts. Gut, Mann. Gut. Das ist eine gute Einstellung. Es scheint so. Warum hast du nicht Carly gesagt, dass du sie einfach zu geben hast? Na. Würde du sie ihr ihr ihr? Keine Chance. Dann wirst du, warum. Und was hast du jetzt vor, Glenn? Was ist dein nächster Bewegung? Ich weiß nicht. Ich meine, ihr seht euch gut. Was ist mit deiner Familie? Ja, ich... 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 Vergiss es, Mann. Das ist dein Geschäft. Ich liebe es, wie ich nichts tun kann. Ich weiß das Gefühl, Mann. Kennst du die Kombination von das Schloss an dem Gitter draußen? Das wäre vom Vorteil. Das wäre vom Vorteil. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I go stretch my legs. You're probably better off breaking it, if you have to. Try to get some rest. Ja, genau. Wir sollen es einfach aufbrechen. Ach, mit der Axt. Mit der Axt, die wir jetzt haben. Hey, da ist was. Da kann ja was dran sein. Hier nochmal mit dem Dack reden. Wie geht's? Ja, das wollen wir. Und zwar brechen wir jetzt das Schloss auf und holen uns den Schlüssel. Ich kann mir hier das Schloss aufknacken. Awesome. Ich muss diese Dinge abstragen. Beide. Ich kann mich nicht auf diesen Schloss erreichen. Was ist alles da? Oh, naja. Carly ist ziemlich nett. Du weißt. Ja. Lilly nimmt keine Ahnung. Sie hat die Show geführt, die Leute aufzunehmen und Dinge wie das. Und unser Vater. Ja, dieser Mann. Er ist ein bisschen ein Dich. Entschuldigung. Entschuldigung, mein Französer. Ein paar Sekunden zu suchen und du wirst die Schuhe auf die Schuhe. Schön in die Scheiben rein. Jawohl. Nice. Jetzt ist die Zeit. Gut, dann gehen wir jetzt da rüber und holen uns den Schlüssel von unserem eigenen Bruder. Doug weiß es natürlich nicht, aber wir wissen es, und das ist sehr emotional, werde ich mal sagen. Wenn du von dem eigenen Bruder, der sich verwandelt hat, einen Schlüssel holen musst und ihn wahrscheinlich noch töten musst. Obwohl er es eingeklemmt. Hey, bud. Ich weiß nicht, was passiert, Mom und Dad, aber ich weiß, wenn du da warst, wir würden für sie sterben. So, ja, wir können das so passiert. Du hast sie noch? Gib mir einen Moment. Ich bin sorry, Dad. Ich bin sorry, ich bin hier nicht. Aber wenn du dich bist, um zu all das alles zu beachten, das hilft. Oh, Mann. Armer Lee. Oh, das müssen wir ihn um und umbringen. Das ist sehr hart. Oh, fuck. Oh, shit. Nochmal. Oh nein, nochmal. Nochmal. Ah, shit. Das dürfte es gewesen sein. Und jetzt können wir einen Schlüssel irgendwo nehmen, falls er einen dabei hat. Boah, scheiße, armer Lee. Das muss schon bitter sein, seinen eigenen Bruder, obwohl er sich verwandelt hat, umzubringen. Oh, das ist echt krass. Oh, nein. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Das Schloss ist ab. Mann, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist alles, was wichtig ist. Ich habe die Schlüssel. Ja, rein da. Was gibt's hier noch Schönes? Das ist die Tür zur Pharmazie. Wir sollten da können, dass wir Pille für Larry finden können. Dann ab da mit dem Schlüssel. Und da wären wir. Oh, nein. Shit. Fuck. Oh nein, das lockt alle an. Und das Schloss ist ab. Oh nein. Oh mein Gott, dammit. Die kommen jetzt alle angestürmt. Oh Gott, die ganze Stadt. Oh Gott. Oh Gott. Da muss ich noch einmal aufgeren. Ich werde das Tr足 aufge・・・ Komm schon. Das wird fast. Ich muss mich verschieden von hier raus raus. Ich habe nicht Dillie Dalliening. Honey, They take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Glenn, you need your help, please hurry! Nein! Ich bin sicher! Wenn wir nicht durchschauen können, kannst du wissen, dass... ... du bist ein guter Typ. Shut up, Doug! Doug, wenn wir nicht durchschauen können können, kannst du wissen! Ich bin sicher! 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 Arnie. Ihr sicher? Shit! Oh, shit! Ah, mach die Tür zu, die kommen. Clementine, beeil dich bitte. Oh, fuck, 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 cool, komm. Ah, Lee. Nein, du schaffst es nicht. Schnell, 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 da rein, da rein, da rein. Das dürfte eine Weile halten. Oh nein, wen retten wir? Carly, die Schützin? Oder Dirk, den Computer? Oh nein. Wir müssen sie... Scheiße, ich rette sie einfach jetzt, komm. Ich hoffe, wir können beide retten, aber... Wir brauchen eine gute Schütze, denn das ist einfach mal Tatsache. Oh nein. Fuck, duck. Ja, das kam ein bisschen zu spät. Alter, Stier. Lass Clementine in Ruhe. Los, Clementine. Raus da. Wir müssen auch rauskommen, schnell. Alter, was? Boah, dieser Mistkerl. Boah, Larry, dieser Mistkerl. Ohne Witz. Das werde ich nie vergessen. Und niemals verzeihen. Motel. Motel. Euer quedar. Han priority. Oh, das macht eine Britte. Oh man! Das ist so special. Das Bild seiner Familie immer noch, das geht ihm wohl ganz schön nah und da hinten wird noch geballert, was das Zeug zählt. Ich denke, ich muss zu gehen. Ja, ich habe Freunde da. Und ich kann nicht hier sein, dass sie in die Stadt geballert sind. Sieht so, dass niemand weiß, was da ist. Wenn wir ein paar Tage vorhin, könnte es gehen. Ich muss meine Chance. Find your friends, and be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. Da verlässt uns Glen also nach Adlanda, um seine Freunde zu retten. Krass. Kann man nix machen. Hoffen wir, dass er diese Aktion überleben wird. Und hoffen wir, dass wir ihn bald wieder sehen werden. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Gut. Mit dem können wir noch reden. Mit Kenny. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Kein Problem. Wir müssen uns beachten. Ja, wir tun. Ich denke, du wirst, was du machst. Shit, Mann. Do we, any of us? Mit Clementine, ich meine. Earlier, du sagst, dass du blöchig warst. Ich möchte, dass ich dich anschauen, und ich sehe den typen Mann, der alles herauskommt. Die Frau wird einfach gut sein. Danke, Kenny. Du hast es geschafft. Wie geht's, Carly? Ich bin okay. Du weißt, ich schaue. Ich schaue, ja. Ich kann nicht mehr Gedanken über Dug. Wir könnten ihn nicht schaue, hätten wir? Ich glaube nicht. Es passiert schnell. Ich weiß, das ist verrückt. Wir haben nur noch getroffen. Und er war so ein... Es ist nur, dass... Ich glaube, ich mag ihn. Ich bin sicher, er magst du auch. Du besser magst. Anyway... Ich würde lieber sein, ich denke. Ich verstehe. Wait... Le? Was ist es? Wie ist es? Wie hast du entschieden? Wir beide brauchten dich. Du hast mich. Du hast mich. Ich wollte dich beide helfen. Aber du hast mich zuerst. Ja. Ich habe. Ich wünsche, dass wir beide es geschafft haben. Ich auch, Carly. Du hast dich lieb, Bob? Ich versuche, ich habe ihn lieb. Du hast nie so gut gelegt. Du hast nie so gut gelegt. Du hast dich nie gehört. Aber du wirst dich nicht gelegt. Aber wir fragen mal, wie es zu der Clementine zugeht. Und den Kindern allgemein. Und da ist Larry. Mit dem wir müssen auch noch ein Hühnchen rupfen. Das Superdienst ist zu spüren. Aber du wirst was? Er war nicht. Oh, und dann? Hey, Duck. Du willst es für einen Moment coolen? Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Es gibt nicht viele Kinder hier. Nein. Es ist nicht so. Es ist... Ich wurde wiederholen. Ich war da, aber... Ich bin. Und mein Walkie-Talkie war. Glenn hatte den anderen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß, dass ich schwer sein muss. Ich bin nur schuldig. Ich bin nur schuldig. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Aber es ist so, wie ich mit meiner Mutter und meinem Vater gesprochen habe. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir dir einen anderen finden. Ich werde nur diesen einen behalten, ich glaube. Lee. Komm her für einen Moment. Hm. Lass mich mit dem. Oh Mann. Clementine. Eine andere Sache. So, was will Larry von uns? Like my daughter? Ja. Ja. Sie ist großartig. Ja. 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 Oder, äh... Everyone will know, dass du, Lee Everett, ein Körger. Und du warst, bevor es etwas war, was du tun musst, um zu leben zu bleiben. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, was passiert mit dir. Und ich weiß, was passiert mit dir. Aber wenn irgendwas passiert mit meiner Frau, oder die kleine Mädchen, die du mit dir hast, hörst du dich. Hey, Lee. Hast du einen Moment? Ich habe einen Moment. Mein Vater wäre tot, wenn es nicht für dich wäre. Ich weiß, was du mit dir bist. Das ist nicht so. Das ist so. Du bist nur so. Du bist nur ein Mann. Ich weiß. Wir sind glücklich zu haben. Ich weiß. Ich hoffe, dass das die Sonne ist. Ich hoffe, das ist die Sonne für uns gewinnen. Ich bin auch. Ich bin. Das ist die Sonne für uns gewinnen. Das Motorrad ist ziemlich schuldig. Wir blocken die Entranken mit ein paar Autos, zu halten jemanden auf die Beine. Wir können hier bleiben, bis wir die Militärin durch. Ich bin tatsächlich mit diesem Plan. Ich auch. Wir haben Bedenken, wir haben Wasser, und das ist wichtig, wir haben Licht. Es sind schlechte Pläne, um zu Hause zu holen. Ja, du bist richtig. Und du weißt, Leute, ich denke, es wird okay sein. Fortsetzung folgt. Das ist meine Bede, Walking Dead. Das war's. 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 Das war's.